Servus Löwenfans, der Happy kann jetzt leider nicht, deswegen springe ich für ihn ein und zeige euch einfach mal, was ich in der Zeit um den Fußball zu Hause so gemacht habe. So, das war es jetzt schon wieder mit meinem Tag, wie ihr seht, ohne Fußball weiß ich nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen soll und als nächstes nominiere ich jetzt den Prinz von Giesingen. Dass er uns mal bitte zeigen kann, was er so mit seiner Zeit macht.